321 grüße euch wir sind bei destiny mit heim und martin wir haben quasi den mond fertig der noch nicht ganz aber könnten schon zu venus machen wir aber nicht wir bleiben hier erst noch ein bisschen auf dem turm und was will der wichser von mir bitte deine wort war martin schau doch mal grün nix seltenes 63 verteidigung disziplin 29 ich habe jetzt 69 disziplin ich will denkst du jetzt wie viel verteidigung insgesamt 197 sind welche tankhure du hast doch mehr oder nicht viel 206 212 wenn ich einen anderen annehmen würde ich gehe jetzt mal hier rüber und guck mal ob ich level 10 mäßig irgendwas schnappen könnte vorbestellen vorbesteller bonus nicht hier am kleinen loser 106 so was will ich ein automatik gewähr nein aber ein maschinen ist eigentlich alles scheiße hier muss eine kacke deswegen mal den helm nämlich und das automatik gewähr nämlich die vorhut dank dir hat auch nur drei mehr der vorhaut dank dir ja dank mir sowieso ja nämlich entweder das automatik gewähr mit 60 angriff oder das mit 106 lol ich habe was grünes verwertet und keine waffenteile rausbekommen ja passiert manchmal im arsch passiert das manchmal ich habe auf aufnahme gedrückt ja habe ich immer glück haben martin so zack dann haben wir das hier schon mal das ist sehr gut details die dinge haben auch keine boni keine bohne haben sie alles klar dann würde ich sagen warte ein versuch noch den baum ausklettern nur mein gott es geht schon los hier gibt es einen baum ich weiß nicht ob da was oben drauf liegt wahrscheinlich nicht ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe den baum die gleiche scheiße wiedersehen ich habe es geschafft ja aber es ist nichts oben leider das ist doch eine lüge ich habe es am ersten mal geschafft und ich sterbe zehn mal hier alles klar auf geht's zum orbit zum orbit ohne zucker orbit orbit wie er so rumsummt erstmal noch wir haben sie es geschafft den splitter vom reisenden eigentlich raus zu schnipsen einfach schnipsen ich habe gedacht nehmen wir mal einen hammer und meißel klopp klopp eingepackt oh du hast einen neuen ding ins moment kärtchen den gab es beim spezial aufträger mann ich wollte mal was anderes haben so dann machen wir jetzt den primär waffen upgrade den seltenen oh da oben links ist die venus jetzt neu ja ja ich weiß und wir haben erst drei von fünf goldene thronen auch schwer natürlich das level 8 ja letzt die letzte goldene truhe wieder beim strike oder so kann sein ja trotzdem fehlt eine also level 13 ist es jetzt in der einen ja aua ach genau wir können ja noch zwischendurch einmal Patrouille machen alle entfliegen aus derselben grube erheben sich aus der kluft und verschlingen materie licht und leben unaufhaltsam doch zu bremsen die schreine von oryx müssen zerstört werden alles klar werden dann töten wir sie alle und das geht nur mit schöner das geht nur mit raketenwerfern auf geht's es gibt hier einen schrein aber er befindet sich tiefer im höllenschlot als wir je vorgedrungen sind wir sollten versuchen ihn zu zerstören bevor es zu schreck ist und wieder da rein es gibt hier wirklich ein schrein den kennen wir die Leute gar nicht ja kennst du hier ein schrein martin ne du meinst das ist hier zum schrein ja ob wir wo ritter sind öh pang pang junge du hast ein verehrter ritter nehm ich einen hälter der anderen frisst das frisst meine faust oh seitenkodex sehr gut schwarzer wachskürze genau den meinte ich ich aktiviere den schwarzen wachskürzen guck mal was er macht ich orte gefallene stärker als normal etwas hat sie aufgeschreckt ich bleibe dran ich bleibe dran dann und wann gucken wir diesmal richtig sind ja diesmal sind wir richtig ja hab schon aufgeachtet bin ich schneller jetzt geworden die gefallen sie greifen den höllenschlund an wir kämpfen hier wieder gegeneinander ein ja da hinten kommt Verstärkung oh lol Scharfschütze bin tot oh und ein Auge kein Ding brauchst du nicht naja stimmt naja ich wär eh draufgegangen toll toll merke ich dir das mit Auge alter zack weg ist es hier links ist ein Raumschiff wa ein verdächtiges ich hab den snapper eine gegeben das schießt jetzt auf mich das Raumschiff ich bin down vorm Raumschiff ne skiff heißt es nicht schiff skiff ja das Raum skiff genau wo können wir jetzt abknallen irgendwie rockadenwerfer ich glaub nicht das Raumschiff fägt sich auch nicht fägt sich auch nicht jetzt sagen wir sneaken einfach mal dran vorbei Upgrade freigeschaltet endlich mal eine seltene Waffe an Upgrade bekommen ich hab ein Item nice und zwar hab ich zwei geschaltet kills mit dieser Waffe gewähren zusätzliche Reserve Munition ok whatever watch ever da gibt's ja auch Aua 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 Scharfschütze Aua was schmatzt hier rum mhm oder ist der Boden auf dem wir laufen Hexe auserwählte Hexe ich hab's abgelenkt down sehr schön ich muss noch kurz gucken was dieser Scheißchen macht die zu Glimmer wird wenn sie das Scharfeinde ausschaltet Meine Unfalle wird die zu Glimmer wird wenn du Scharfeinde ausschaltest es hält nur kurz Zeit aber wahrscheinlich am Ende der Zeit kriegst du dann irgendwie ein Glimmer oder so ja ich glaub da kriegst du einfach nur von jedem Schar ja aber hält halt nur eine Minute oder so ja 10 nur kurz achso 10 Minuten die kriechen nicht oft aus ihren Skiffen hervor Skiffen auf einer Gelegenheit da ist einer ein Skiffer ne ein Tarn hier ist ein krasser Fredolin der Ex-Baron ja willst du vielleicht erstmal die anderen normalen Flicher wegballern die auf uns zulaufen warte kurz ich sehe grad keinen die sind hier überall wow gemessert hast du Fredolin ich wieder da ist aber Frigores bumm Fredolin der Hurensohn wo ist er hin rechts hinter die Wand dieser Ficker versteckt sich ey und den Grad mit meinem Raketenwerfer abballern wow was macht er denn alter was stürmt er dann übelst voran jo hat uns weg gemacht jo und freut sich Fredolin der Kiffer da ist er denn jetzt da ist er denn jetzt Frigoris der Ex-Zil-Baron da fuck you glaub ich richtig alter ich bin down wie weit er zurückkommt ey ist ok Martin ist ok hast du es da down ne würde ich wiederbeleben krass ich bin also als er weggelaufen ist ja renn doch Fredolin renn Fredolin alter macht er viel Damage war ihm platt gemessert bitch erwischt kein Baron weniger der Probleme macht und jetzt zu diesem Schal ich hab jetzt merke aber erwischt ja unsichtbare Homos jetzt nicht mehr wo ist er wo ist er wow was wo bin ich denn lanke ähm portet ey kannst du dich porten nein eigentlich nicht aber dieser auto aiming nahkampf kacke hat mich übelst nach vorne katapultiert dass ich direkt vor denen war und trotzdem nicht getroffen habe oha diese Tunnel sind Kilometer lang die können wir nicht alle erkunden ob wir irgendwo Truhen versteckt sind alles klar hier war ich auch schon mal gewesen als ich die Welt erkundet habe so ich will gar nicht wissen was die da unten alles haben dicke porno abteilung oh ja sm und so haha der analmetzger der analmetzger genau hier gehts nicht weiter oder da hinten ist eine Hexe oh oh Schild ist down wo ist die Hexe da ist Schild ne so da hinten ist die Hexe jetzt ist es weg ist die Hexe weg oder ist Schild Schild ist jetzt weg Also ich habe sie schon fast down gehabt und hat sie es wahrscheinlich regeneriert. Ja oder gibt es zwei Hexen? Weiß ich nicht. Die eine hält es keinen Schild mehr glaube ich. Die ist halt im Felsen direkt. Na ja erstmal die Edds hier weg machen. Da ist die Hexe. Jetzt wäre er ganz verpisst, ganz hinten. Na ja, die kriegen wir schon. Deine Waffe ist wieder relativ stark. Wieder relativ stark. Von hinten kommen Fischer. Ja, ich renne mal weg zu dir. Du machst es. Ich schlenke sie ab. Hast du was gedroppt, mein kleiner Freund? Hallo. Oh, da ist noch ein Clown. Hinter dir. Oh. Spezial Munition. Da rechts kommt schon ein Schiff. Müssen wir ob es lang? Selber. Hier nach hinten irgendwo. Ja, da gehen wir nach hinten lang, wa? Hier nach unten steht er. Hier müssen wir. Ach da. Da geht's schon wieder. Huuuuhuuhu. Das wird schon wieder. Oh, da hat er es fallen lassen. Aber nur Munition. Oh, geil. Super ist bereit. Level 11. Verehrter Ritter, ein gelber. Ich sehe es. Da hilft nur Headshots. Alter, ohne Scheiß, wenn ich die ganze Zeit Headshots reinballer. Geht da richtig schnell down. Ja, ich bin mal Scharfschützung, wir haben auch ein Hotel. Auch. Oh, oh, da kommen sie. Ich stehe ein wenig ungeschützt. Nicht nur du. Boah, von links auch noch. Hakiri. Oh, da war es zu kurz. Lol. Was hast du da? Oh, ich stehe und... Siehst du mich? Links runter? Nee. Was sind die gerade mal... Kein Ding, ich hälfte von unten. Oh, scheiße. Da wirft deine Granate runter. Meine eine Granaten kann mich töten. Hallo. Oh, da kommst du nicht mehr raus, sagst du? Nichts wirklich. Oh, da gibt es eine Truhe unten. Ich glaube nicht. Na komm, ich lauf zurück, dann kannst du dich umnieten. Güter gefallen. Runter gefallen? Schon missgeschickt. Belebt mich wieder, schnell. Da unten, ja? Ja. Ich habe solche Angst. Dieses Spiel hat überhaupt keine Fehler. Und Soundbugs. Hast du ja auch diese... Nö. Bin da. So, wir sollten jetzt töten. Sag mal. Mal schauen. Ich schieße halt immer noch rum. Schauen wir, dass ich da hinten so anbietet, wa? Töten sich ja gegenseitig alle. Ist ja langweilig. Ich gehe rechts rum. Oh, fuck. Der war dumm. Das ist ein Ritter. Ein normaler Auserwähler. Ampelmann. Wo ist er denn, hä? Ritter-Rang-Skills. Oh, ein Gegenstand. 95 von... 100 Ritter getötet. Hast du ein Gegenstand? Habe ich gedroppt gerade, ja. So, ist hier mal zum Sammeln, nö, wa? Oh, da hinten sind ganz viele gelbe. Okay. Hinten links zumindest. Und eine Hexe, eine göttliche. Eine köttliche. Ich komme. Aua, aua. Aua. Ah, ich sehe sie, die hinten rechts. Erstmal die Aids wegmachen. Ja, können wir machen. Oh, da kommt ein Ritter. Ich gehe mal rechts rum. Oh, stehe ich fest. Oh, aber richtig hart. Oh. Rechts von dir ist der Herr. Ja. Er ist down. Oh, fuck you Ritter. Fuck you Ritter. Oh, der ist down, der andere Akulit auffasst. Hast du ihn? Warte. Moment, ist er da? Also, kannst du dich nicht nehmen? Also, das ist bei mir hier. Habe ich. Oh, der ist down. Aua, 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 aua. Wow. Das ist noch ein kleiner. Das ist links noch ein kleiner. Bei mir sind es zwei. Oh, ich sehe sie. Oh, kein Thema. Geht down wie nix. Oh, da ist noch einer. Nein, es sind zwei. Ist down. Oh, das ist mich hart getroffen, die Hexe. Oh, da hinten ist noch ein Geweihter. Ja, ja, ich sehe es gerade. Mehrere kleine, nicht nur noch. Aber Geweihter auch? Also, die gelben? Geweihter ist ja noch, ja. Der ist zur Hexe gelaufen. Oh, ja. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ich habe keine Granate. Ich bin down. Ich bin down. Okay. Da waren zwei Stück und die haben voll auch nicht rumgeballert. Mit dem Charge-Redder. Dankeschön. Fuck you. Boah, Alter, die Hexe, ey. Keine Chance, wenn du deine Ulti machst. Sehr schön. Das müsste klappen. So, ich habe drei Schuss für den Granatenwerfer. Das ist noch ein Add. Erstmal ein Add. Zwei Add sind da noch. Alter, kommen die nach oder so? Keine Ahnung. Hö, Geldfarm. Einer ist tot. Alter, ja, bitte. Was ist das für eine Salve gewesen, ey. 100.000. Ich bin tot übrigens an. Ja, ja. Ich überlege nur, ob es sich lohnt, sich wieder zu belegen. Oder ob ich warten soll. Hast du eine Schutzmauer da rechts daneben? Oder wartest du eine Sekunde? Sie schießt mich gerade. Auf mich schießt sie gerade. Okay. Der andere Alkoholid ist aufdauen. So, ich will jetzt den Arketenwerfer raus. Erster Treffer. Muss nachladen. Einen Schuss habe ich noch. Ich halte ihn Schild auf. Zack. Boah, das war nicht sehr viel Schaden. Alter. Und das Down. Ja, schön. Kommt doch was. Das hat sich an, als würde ich noch was. Aha, vergiftet. Verkennt sich immerhin schon immerhin. Loot. Ja, wahr. Naja, man muss die ganze Munition hier einsammeln. Oh, ein Seitenkodex. Nice. So, links hinter rechts. Gibt es hier rechts irgendwas? Sieht ganz cool aus dir, muss ich sagen. Ja, das leuchtet. Hier sieht es da locker aus, als wenn ihr in irgendeiner Ritze irgendeine Truhe ist. Oh. Da ist der Schrein. Finde einen Weg ihm durch. Sie bauen einen eigenen Reisenden. Oder einfach einen Waffenanfall bauen. Warum nicht lieber die Akolyken anstatt die anderen Viecher, oder? Naja. Obwohl, die greifen uns jetzt auch an. Da läuft etwas Grünes Hartes für mich. Nein, ich will auch etwas Grünes Hartes. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Und es läuft richtig hartgrün. Und es ist. Und es ist ein Gramm. Schon wieder schwer. Oh, ich krieg nur Waffen. Oh, shit. Oh, shit. Von unten werden wir auch beballert. Wo ist ein Köpfchen? Oh. 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 Alter, was ist denn so ein Schaden? Na warte, kleine Bitch. Halt mal den Kopf raus. Einer ist down oben. Oh. Der Ngram. Nix ist einer fast down. Nix ist einer fast down. Werder. Gib mir deinen Ngram. danke schön und ich glaube auch eine schwere waffe und rechts ist weil das fast da unten naja ich sehe es ich hätte die alle geworfen und jetzt down warte den rechts mit raus guckt gebe ich einen headshot man zieht die hier alle wegboxen ja die alle angefickt schon ne der hier nicht ich bin da der habe ich gerade vorbei geschlossen warte wo ist er da ist er na komm guck mal raus guck langsam mal raus ich habe es gesehen lol da war eine lücke nein nein was tust du das war zu einfach Martin ich wollte die nochmal alle töten noch nicht mal noch einen Gramm ich bin gewundert warum ich so rumhänge da unten das kommt wenn man sich hier auch guckt ne ja ja das war allein deine schulter ja das ist mir leid da oben ist fast einer down ich habe es gesehen ich habe es gesehen warte den anderen Fäulen knall ich vielleicht weg ich sehe es guck mal raus Jürgen ich will den Kopf sehen Jörg 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 ach gar keine Emotionen na gut ich habe alle weggeballert fuck you ich mach dich glatt Aua ich will nicht sterben einer ist nach oben ja achso achso wieso gar nicht überhaupt nicht auf mich konzentrieren die gucken nur nach oben auf dich und machen nichts dabei ne auf mir keinen also eben gerade zumindest als sie dich nicht gesehen haben ja ich stehe direkt daneben und guck denen zu wie sie dich angucken das waren noch Zeiten alter wie die hier unten sind ja ne Granater senden Boom oh hast du noch einer nicht mehr er hat ein item oh ich will mich nicht muss ich angst haben oh wie ein dicker Seiten und scharfiger oh oh zurück 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 ich bin gleich down ich bin gleich down pass auf die kommen nach oben ja stimmt ich habe mich draufgestellt irgendwo so zwei sind down einer kommst du mir einer kommt zu dir einer ist verwirrt zack ein dicker Opa schießt wieder auf mich hast du Raketenwerfer? ja ne doch vier Schuss ich habe einen Schuss aber ich warte bis der bisschen sichtbarer ist item drop für mich ich muss runter ja ganz ziemlich sehr gut pass auf pass auf der guckt raus wow das schießt auf mich sehr gut so Raketenwerfer alles gut ich hoffe ich habe ihn eine gegeben ich hoffe ich habe ihn eine gegeben ich hoffe ich habe ihn eine gegeben ja oh fuck it so viel damage macht es gar nicht war aber halt darf sich zu lange in seinem strahl stehen achso sein schuss noch ein Seidendiagramm ne wer ist Seidenkodex oh nix bekommen das sind nur so ne kleinen Dreiecke immer ja ja genau ist immer noch nicht vorbei mein Gott ey ich glaube die hier ist ganz gut ne gute Fusionsgewehr stelle gewesen ja stärker gewesen was ist nix du nix oh der ist ja noch da was nix 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 da ist schnell los oh die beten irgendwas an drei Gewalte drei Gewalte nur vier Gewalte fünf Gewalte gut aber nur Akkolyten oder warte ich hab ich muss Headshots machen warte rechts fang ich an rechts fang ich an ich mach in der Mitte einen Raketenwerfer schuss rein okay auf einen zwei eins schuss ne rechte ist da und Mit Headshot passt das Fusionsgewehr und Headshot Hab keine Munition mehr, aber liegt ein Item Oh ja wirklich, bei mir auch, hier vorne Scharfschützen Feuerschneise Typ 2 Ob hier irgendwas ist Aua, aua, aua Im Kreis gelaufen einmal Ne, wir sind hier auf jeden Fall richtig So fast down Oh, was ist denn hier los? Pass auf, da hinten ist noch einer Ich kümmere mich um ihn Und überpixelig, wenn er da reinläuft in die Mitte Down Ich muss mal reinrennen Ist überpixelmäßig Oh ja Grisselig Das ist gar nicht Full HD Er ist mit einer Dunkelheit verbunden Aua, bewache, bewache die Scheiße Ich such mal nach Zuruhen Offenlich werden wir in keinen transdimensionalen Strudel gezogen Sieht so groß aus Muss ich sowas geben? Oh, wir müssen es verteidigen, wer hat das gedacht? Krass Oh, pass auf, da kommen 100.000 Viecher Oh, ein großer Gollum da hinten Guck mal, Shadow Shadow, der Oberbelcher Pass auf Oh, der Gefallen Bist du down? Ne Ich flüchte Oh, er hat mich abgeschossen Der ganz große Auge von Oryx Okay Ich warte hier Ja Er schießt und schießt und schießt Krasser Typ, sag ich Der macht übrigens Frostschaden Schwach gegen Feuer Feuern Ich stehe wieder Und gucke zu, wie er gegen die Wand schießt Sinnlos Ich bin abgelenkt Dann schießt er auf mich wie so ein Aper Ist der dumm? Hat er Schild? Ne Oh, Alter Ich bin fast down Ich bin fast down Ich bin fast down Abgelenkt Ich habe hier meine letzten Raketen-Ding jetzt reingeballert Oh, shit, hier sind wieder Hässigen Akkolyten Leibeigene? Ja, mein ich denn Grad so noch getötet Oh, oh, er ballert auf mich Er kommt zu dir gerade, der Große, ja? Ja, ist der ist Guck doch noch zu dir Ich mach die Ähm, ich mach die Ads ein bisschen weg Oh, shit Alter, komm woanders hin Oh, shit Schießt er dich wieder? Ja Komm schon, schießt die Wand an Guck mal, hängt fest, glaub ich hängt fest Auch noch nicht mehr Oh, 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 was denn hier? Oh, da kommt eine Hexe raus, da kommt eine Hexe Ich bin gleich, ich bin down Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen Was für ein Bullshit, ey Kommt die Hexe raus und ich kann mich nicht, ich kann nicht mehr weglaufen Ja, die ballern alle Hardcore auf meinen Tod Ja, von mir sind die ganzen Ads hier Bin gleich bei dir Ach doch nicht, ich spawne hier hinten, sehr gut Ach seh, die Hexe Ach so, die normale Hexe, wa? Den hast du auch gemacht Lol, wo bin ich denn gespawnt? Bin außerhalb gespawnt Aha Also dort, wo wir diese Kugel am Anfang gesehen haben, wo man erst außen raus rumlaufen muss Okay Der Typ kann mich trotzdem noch abballern Muss ich die Munition einsammeln? Der Typ ist auf jeden Fall auf mich konzentriert Okay Okay Ich mach gleich die Ads hier weg Die Hexe sehe ich auch Alle bei dir hinten Kannst du auf die schießen? Auf den Großen, ja Aua 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 Oaaa da kann er von ihr abgewichen, ist er denn. Komm hier zu dir. Naja, guck mal meine Sicht an, wo ich bin. Ja, ich seh grad. Naja, erstmal wieder außen rumlaufen. Da liegt Raketenwehr-Munition. Wo? Links. Bei mir? Ja, rechts sitze. Ach, für dich aber, nicht für mich. Weiß nicht, ob du siehst. Wieder ein Steg. Bei der Röhre. Ja, du bist auch dort gespawnt, wo ich gespawnt bin, oder? Ja. Und hier liegt keine Raketenwehr-Munition, Martin. Doch, treten. Fuck you, Ritter. Fuck you, Hexe. Fuck you, Hexe. Warte doch. So, zusammen bisschen Action. So wenig weit zum Laufen. Ja, aber. Ja, Dauerfeuer in Eingang. Oh, da ist es da. Schau bis zu weg sein. Also nicht. Ja, die ist weg, die Hexe. Pass auf, da ist der Große. Oh, ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Ich auch. Ich muss da hin. Komm ich zurück. So. Lord. Voll erwischt, der. Boah, dieses rumgehänge hier an den Seiten der Tür ist hier. Ist das eine Tür? Ich habe gar nicht gesehen, dass das an der Tür hängt. Ich habe gar nicht gesehen, dass das an der Tür hängt. Ich habe gar nicht gesehen, dass das an der Tür hängt. Ich habe gar nicht gesehen. Oh, ich bin gleich down. Das ist ein Ritter. Wie kommen denn hier noch von den Viechern, ey? Oh, ich bin tot. Hat er jetzt Ritter als Ez? Komm, ja? Diese Schwerterritter. Ja. Vielleicht so eine Phase von dem, dass die Gegner immer stärker werden, so schwächer er wird. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht belieb dich jetzt mal nicht wieder. Nö, ne. Keine Munition mehr. Alter, da ist noch ein neuer Ritter rausgekommen. Kannst du aus Schlachtfeld rennen. Ich werde hier erstmal aufladen. Ich sprint kurz runter. Warte, wo ist der Große? Ah, fuck, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich habe wieder Munition. Gut. Zumindest normale. Da ist der Große. Da ist der Große. Down fast. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ist hier oben. Da ist der Große. Da ist der Große. Ich bin schnell der Rind. Kommt neue Ritter raus. Zwei neue Ritter. Das gibt's doch wohl nicht. Ritterfarm. Ritter ist down Achtung Headshot Headshot Ein Schuss noch Der ist down der Großen Nice Und die anderen fallen automatisch auseinander Er ist geschwächt Du musst ihn zerstören Geschwächt Erstmal Einen Seidenkodex Richtig Ah ne, schwarze Wachskürze Wir müssen den hier kaputt machen, wa? Auf den da oben, na? Dem Kern Wusch Hey Meinst du, da oben drin ist was? Der hat jemanden da draußen kommuniziert Wir haben Gott oder König Ne Was auch immer es gewesen ist Jetzt kann der nicht nach oben Bin ja drinnen Bin irgendwo durchgepackt Schade Yeah Geschafft Hein Beste Folge ever 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 Und Ever Yeah Scheiße da Missionsbelohnung Oh, ne Missionsprämie Hein Das ist ja bitter Wieso krieg ich die denn? Das ist ja unglaublich Bist du mir beigetreten? Ne Bullshit sag ich Sonst wärst du doch oben, oder? Bullshit Ja, kann sein Gut, das war's mit der Folge Dann haben wir den Oryx Oder wie er hieß Obelix Kaputt gemacht Oryx, Obelix, ja Easy Zwei, drei Headshots Fertig war's Richtig So, das war's dann für diese Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Für irgendwelche Kritiken Kommentiert Schreibt irgendwas rein Genau Alle lieb Nächste Folge kommt der Strike Ja, der Strike ist nächstes Mal dran Oder wir gehen nochmal kurz fahren Ach, ich glaube, das bringt's eh nichts, oder? Ja, schauen wir einfach mal Erstmal machen wir die Folge jetzt zu Dann beraten wir uns Alles klar Na dann, tschüss Macht's gut, ciao, ciao